Eines der Dinge, die Menschen warten für, war nicht englische Versionen des Spiels, Deutsch und Italienisch vor allem. Leider ist AGS nicht sehr hilfreich, wenn es um andere Sprachen geht. Einige meiner früheren Spiele hatten deutsche, italienische und lateinische Übersetzungen. Es kann eine lange Zeit, bevor dieses Spiel erhält eine nicht englische Version. Es tut mir leid.